Damit wir selber mehr Raum haben, brauchen wir nicht nur diese Wahrnehmung, ich habe Raum oder ich bin präsent, das alles geht durch den Körper aus. Je freier dein Körper ist, je besser alles zusammenspielt und an den richtigen Stellen das tut, umso mehr kommst du in deine persönliche Ausrichtung, damit du, sei es in Kommunikation, anders verbindest dich mit anderen Menschen, damit du aber auch bei dir bist, denn hier verlierst du dich schnell, hier bist du wunderbar bei dir und hast aber auch die Öffnung, du hast die Präsenz, deine Stimme verändert sich, dein Atem fließt völlig anders, du bekommst neue Qualitäten wie Stärke, vielleicht magst du Souveränität, ich nenne es eher Eleganz noch, benennen und sehr wohl anders wahrzunehmen.